Also das ist perfekt. Bilderbuch. Freue ich mich auch. Wir hatten schon andere dieses Jahr. Also manchmal noch ein Bild für meinen Freund Robert. Weil der Hengst ist nämlich nicht von uns. Der Deckhengst. Von dem Freund, von dem Fischter-Kollegen. Und wir haben sozusagen heute zwei von seinem Hengst bekommen. Hinten ist noch eins Rottenbogen. Das Gesicht. Was kostet denn denn der Deckhengst? Das Steuha? Ähm, wir müssen kurz vor. Also zwischendurch?